Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Cocktail-Video hier von meiner Bar. Heute gibt's was ganz Besonderes, denn wir mixen den Queen of the Forest Cocktail mit dem Himbeergeist von Soutera. Soutera hat in der Welt der Brände und Geiste eine ganz besondere Stellung, denn sie produzieren schon seit 1799, also über 200 Jahre Erfahrung im Bereich Geiste und Brände. Nun hat die Firma Bimmerle die Marke neu aufgelegt, in ein frisches Gewand gesteckt und einen hocharomatischen Himbeergeist in die Flasche gebracht. Und mit diesem Himbeergeist mixen wir nun den Queen of the Forest Cocktail. Dafür benötigen wir neben unserem Himbeergeist auch noch Ahornsirup, frische Himbeeren und frische Zitrone, außerdem etwas Cranberry-Bitter, etwas Bourbon-Vanille-Extrakt und für einen schönen Schaum etwas Aquafaba, also Kichererbsenwasser. Für die Zubereitung benötigt ihr zunächst ein Shakerglas und dort gebt ihr fünf frische Himbeeren hinzu. Diese werden mit einem Stößel zerkleinert und dann kommt Eis dazu. Auf das Eis kommen 40 Milliliter unseres Himbeergeistes, 20 Milliliter Ahornsirup, 25 Milliliter frisch gepresster Zitronensaft, ein kleiner Tropfen Bourbon-Vanille-Extrakt, zwei Spritzer Cranberry-Bitter und 15 Milliliter Aquafaba. Anschließend das ganze kräftig shaken und über ein Cocktailsieb in eine Cocktailschale abseihen. Mäht etwas Schleierkraut, garnieren und so super einfach mixt ihr euch die Queen of the Forest mit dem Sutterer Waldhimmbeergeist aus dem Schwarzwald. Ich hoffe ihr hattet jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuschauen und vor allem dann beim Nachmixen dieses wunderbar leckeren Cocktails. Wenn dies der Fall ist, dann gebt dem Video hier doch sehr sehr gerne einen Like oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um absolut nichts mehr zu verpassen. Und ich genehmige mir jetzt ein Schlückchen dieses fantastisch fruchtigen Drinks, sage Cheers und bis zum nächsten Mal.